Das ist jetzt der Eichenecksee. Von der Sacknecksee aus gesehen. Spricht die Eicheneck ein. Da hat sie immer noch hier oben. Bis am See. Spricht die Eichenecksee. Verkantertal. Da liegt ja auch ein Blockwerk. Spricht die Eichenecksee. Und das ist der Uwe Satnik. Spricht die Eichenecksee. Spricht die Eichenecksee. Spricht die Eichenecksee.